Also in Köln, meine Damen und Herren, ist ja das mit dem Arbeiten an Karneval so eine Sache und eigentlich weder erlaubt noch erwünscht. Manchmal lässt sich das allerdings, wenn man selbstständig ist, nicht ganz vermeiden. Und was das für Blüten treiben kann, das seht ihr hier. Die Frage ist, wann wir das Kammerfoto von der zwei Welten und anderen stellen? Also ich habe bei Universal schon angerufen, weil wir wollen das ja eigentlich so bald wie möglich. Sollte raus, aber ich kriege keinen Rückruf. Meine Herren, 11.11. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017